Hallo und herzlich willkommen bei Reiser Musik. Ich habe heute die Reiser Academia RTU 783 Tuba mitgebracht. Ein Instrument, welches ein paar Besonderheiten aufweist, auf die ich heute eingehen möchte. Zunächst ist die Tuba sehr, sehr kompakt gebaut. Wir haben mit 81 cm Höhe ein sehr kleines Instrument. Die Besonderheit ist aber, dass wir auf der anderen Seite eine Bohrung von 20,2 mm haben, was für eine Tuba in dieser Größe extrem weit ist. Dadurch hat die Tuba trotz ihrer geringen Bauhöhe einen vollen, satten Ton. Der Kenner in der Branche schaut die Tuba an und kennt vielleicht diesen Schnitt. Der Schnitt der Tuba kommt ursprünglich von der bekannten Germany Arion Tuba. Wir empfehlen die Tuba für Einsteiger, aber auch für ambitionierte Amateure im Blasorchester, aber auch in kleinen Besetzungen macht sich die Tuba gut, weil sie vom Spielverhalten her feindosierbar ist. Sie hat eine notwendige Weite und dadurch auch einen vollen Ton, kann sich aber auch bei Bedarf gut zurücknehmen und sich beispielsweise ins Quartett oder ins Quintett gut einfügen. Der Korpus der Tuba ist ganz aus Goldmessing, dadurch ist die Tuba resistent gegen den Zinkfraß und entsprechend langlebig. Die Maschine mit vier Zylinder-Drehventilen hat die Besonderheit, dass auf der Rückseite Feinjustierschrauben angebracht sind, die es ermöglichen, das Hochtiefspiel, der Wechsel noch speziell einzustellen. Die Neusilber-Innen- und Außenzüge sind korrosionsbeständig, sitzen nicht schnell fest und sind dadurch auch sehr langlebig. Die Tuba wird insgesamt mit einem Hartschalenkoffer und einem Mundstück geliefert. Wie die Tuba klingt, hören wir jetzt von unserer Carolin. Die Tuba ist ein ganzes Wunder. Wie die Tuba ist ein ganzes Wunder. Wie die Tuba ist ein ganzes Wunder. Das war's für heute.